Mila Kunis? Schwanger? So munkelt man, zumindest laut E-News. Sie behaupten, dass eine Quelle bestätigte, dass die Schauspielerin schwanger ist. Und ja, Ashton Kutcher ist der Vater. Diese Nachricht kommt nur wenige Tage nachdem bekannt wurde, dass die beiden heiraten wollen und Mila mit einem schönen Ring am Finger fotografiert wurde. Ja, es sieht so aus, als würden sie in diesem Jahr die Hände voll haben. Zu Beginn gab es Gerüchte, dass Mila Zwillinge erwartet. Aber E behauptete, dass es nur ein Baby ist. Für beide wird das Kind das erste Kind sein. Es gab es lang keine Information, in welchen Monat sie ist oder ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Aber sollten die Gerüchte stimmen, dann wird auch das bald bekannt sein. Könnte uns jemand sagen, wo wir die Karte hinschicken sollen? Könnte uns jemanden. 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 Könnte uns jemanden.